Yo guys, I'm back! Silly Gurke mal wieder hier am Start auf sillywuhn.com oder alternativ 149.202.127.134 Ja, ich habe jetzt während die ganze Zeit die letzte Folge hochgeladen wurde hier weiterhin in meiner Flying Machine gesessen. Und ja, ich dachte mir jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt mal wieder die Cam anzuwerfen weil wir haben hier einen Turm gesehen, gefunden. Ist doch wunderbar, gleich drei Türme. Es kann gut sein, dass ich die da mal hingesetzt habe. Und ich habe einen Knopf gedrückt auszusehen. Ungünstig. Ähm, wie weit sind wir denn? Okay. Tja, das ist ja ein guter Folgenstart hier. I've pressed a button. So, was haben wir denn getötet? Ich bin der alte Profi-Mechaniker für Flying Machines. Ich nehme an, hier fehlt ein Slime-Block. Und zwar hier. Richtig? Yes, Sir. So, mal sehen, wie gut wir dieses Teil wieder gestartet bekommen. Die Frage ist, baue ich jetzt hier wieder so eine full-blown Konstruktion mit Pisten nach da hinten oder gibt es dafür auch eine simplere Methode? Das weiß ich jetzt nicht. Ich denke, ich baue einfach mal was, weil das dann doch recht sicher ist. Und zwar. Und zwar. Bro, kann ich da einsteigen? Da ist mal wieder der Klassiker. Ahhhh. Daaaahhh. Okay. Ich habe schon wieder gar keinen Bock mehr. Ciao, Leute. Aber ich kann das mal erleben. baj Sex, also das, weil immer besser zu machen. Bis zum nächsten Mal.